Irgendwas muss ich doch hier jetzt machen! Wow! So geht das mit. Warum die eigentlich sowas einbauen? Weiß ich. So doof sind die doch bestimmt nicht oder? Dürfen die doch nicht sein oder? Tödelt. Tödeltischk. Au! So. Warum? Ähm, ja. Genau. Was ist denn das für ein gummisches Vieh? Ähm. Ich glaub das ist aber nicht die Waffe, oder? Wo ist das? 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 Au. So. Geh kaputt. Ha. Da... Hier ist natürlich schön viel Muni. Und das gefällt mir. Und ich glaube, hier ist ein ziemlich viel Precursor irgendwo versteckelt. Wow, 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 wow. Geh weg. Ich glaube. Au. Warum bin ich erledigt, wenn so ein Ding losgeht? Ja klar, das zieht mir zwei Punkte ab. Zwei ganze verblödete Punkte. Das ist ja auch sehr schlimm. Jetzt leben natürlich alle wieder, das war ja auch klar. Und der da hat... Ey, durch die Kiste durchzählt nicht, das ist unfair. Aber ich habe ja eigentlich den hellen Jack. Also habe ich da noch einen großen Vorteil. Ja, gut, ich bin ja schon auf dem Weg. Und diesmal renne ich hier durch. Muss die Kanonen treffen, wenn ihre Schutzschilder deaktiviert sind. Ja, nicht die Kanonen, sondern den komisches Ding. Ähm, ja... Ja, Container, Knaas, irgendwas auch immer. Was war das? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Hm. Gut, aber damit kann man auch durchlaufen. Obwohl jetzt hier nicht viele Soldaten los sind. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, Kreis war das jetzt. Also Kreis bedeutet gleich. Ich bin falsch gelaufen. Aber Kreis bedeutet... Schutz. Sozusagen. Ich laufe jetzt einfach so rum. Ist doch mir egal. D-d-d-d-d-d-d-d. Äh, wo ist das? So, und wo ist das Ding? Da ist das Ding. Natürlich bleibt die Kamera auf das Ding. Das Ding, das dieses Ding und jenes Ding und alles Ding. Und er... Komm, alle tot, alle tot, alle tot, alle tot, alle tot. Äh, alle. Alle vernichten. Nicht tot. Das ist so ein schlimmes Wort. Tot. Wack, wack. Voll mit Swack, wack. Okay. Lass mich in Ruhe. So, und jetzt nur noch einen, oder was? Oder wie? Das sind auch nur die Kleinen unterwegs. Die... Genau die, die Nerven. So, komm. Den kann ich auch noch. Der hat aber vier. Oh, du mein Güter. Okay. Die sind klein. Die sind klein. Die mit ihrem Kopf immer durch die Hand rollen. So, das war's doch. Wo war das? Guter Arbeit, Jack. Jetzt können wir besser manövrieren. Den haben wir es gezeigt. Wo bin ich hier? Ich bin mir nicht sicher, wo ich hier bin. Aber hier müsste auch irgendwo ein Precursor sein. Was sage ich? Da war ein Precursor. Ich kenne mich doch hier gut aus in meiner Stadt. In meiner Hut. Gut. Gut, oder? In meiner Hut. Da vorne sehe ich doch auch was. Ja, da, oder? Nein, das ist nur Licht. Das ist zwar klar, das wollte ich so. Hier ist doch aber was, oder? Komm, das muss doch ein Lass sein. Das war so klar, wie bloß früher, dass hier nichts ist. Aber da vorne doch. Komm, guck mal da. Da ist doch bestimmt irgendwo. Irgendwo? Nein, irgendwie nicht. Aber da ist doch. Dankeschön. Ein schönes Self-Paket. Und wo bin ich denn hier? Hallo? Drüben. So, dort lang. Und jenes. Und dort geht es auch runter. Ja, braves Viech. Ich würde aber sagen, diese Folge wird dann auch bald wieder beendet, wenn ich dort hinten bin. und jenes gemacht habe, was ich machen möchte. So, dann ist mal aber da lang. Und jenes machen. Ja. Da ist auch immer ein ständiger Kampf gegen die Ungerechtheit des Wesens. Aber ich rede zu wenig und zu leise. Aber ich rede zu wenig und ich sollte mal langsam wieder eine Aufnahmebauten machen. Ich bin überhaupt nicht mehr konzentrationiert. Und hier lang. Und hier lang. Oh, nein. Schade. So knapp, so knapp an einem Ding vorbei. Das wäre so schön gewesen, hätte ich die noch erreicht. Aber gut. Dann. Bevor ich dann dort hinten hinein laufe, würde ich sagen, beende ich diese Folge, oder? Oder nein, ich nehme das noch mit und dann und schaue, was das für eine Aufgabe für mich darstellen wird. Aber ich glaube, das ist nichts schweres, hoffe ich doch. Ach da, ja. Jack, du musst in den Startteil der Metallschädel, in die Kanalisation. Wir müssen ihr Nest von unten her angreifen. Und das geht jetzt nur durch die Kanalisation. Wir waren seit Kriegsausbruch nicht mehr in diesen alten Gängen. Aber bisher konnte kein Speer Aktivitäten melden. Ähm, das ist doch gut, oder? Will sagen, bisher ist noch kein Speerleben zurückgekommen. Oh. Oh, wir kriegen immer noch die miesesten Jobs, was? Düster, dreckig, gefährlich. Langsam gefällt mir dieser Krieg. Also Jack, der ist ja auch ein wenig komisch drauf. So ein bisschen, oder? Natürlich sind wir wieder in die Kanalisation. Und jetzt fahren wir mal wieder mit meinem Lieblingsauto. Nur ist das irgendwie... Ist das irgendwie... Ist das getrosselt worden? Das hat nicht mehr so eine schnelle Beschleunigung. Und so schnell als reintun das auch nicht mehr. Aber naja, gut. Ops. Das ist viel zu langsam. Ich glaube, ich nehme jetzt nur noch Motorräder. Guck mal, da komme ich ja gar nicht voran. Da bin ich auch schneller, wenn ich krieche. Ich als krieche. Ja, witzig. Witzig, spritzig. So, dann nehmen wir natürlich das hier. Oder nein, da hinten. Da hinten. Das habe ich ja natürlich gleich gesehen. Nicht mich irgendwie daran erinnert. Nein. Das wusste ich. Das habe ich gleich gesehen, als ich da... ...langgelaufen bin. Wo ist mein Auto hin? So, aber na gut. Die Giegel, die Giegel geht. Ach, das ist schon hier. Oder ist das auf der anderen Seite? Bin mir nicht da so sicher. Ich glaube, er war auf der anderen Seite. Ja, da könnte es gut sein. Ah, da. Das habe ich natürlich auch gleich gesehen. Das wusste ich nicht nochmal. Hier geht es natürlich runter. Und bevor ich dann hier runtergehe, sage ich erstmal Tschüss für diese kurze Folge. Ich weiß nicht, ob ich da noch dran hänge, aber Tschüss. Hallo meine Freunde und willkommen zu Jack 3. We will fight there in a city and we hear expensive music, because expensive new Geheimnisse frei geschalten haben. And we are very fast unterwegs, because we have our chat board and our chat board are very good for traveling fast. And I don't know what I tell there, but I tell something to tell something. And I have it versaut to jump there on the top of this thing. But I versaut this, verpicked this again and again. And I know my English is very well, but I have why I... Why, why, why are you doing something like this? And now I hopefully shoving does, and I have shoved this, but I'm traveling faster than I can, because I can. I talk a lot of shit, but I can it to tell a lot of shit. And I look for precursor orbs, because I'm guile of these things. And I see this, and can react here, but there are no precursor orbs, and I don't understand why, but I go there and look what there is. Because there is very... There is very... Nebel in the air. And I can go a bit nearer the microphone, but this is also unnötig, because I can regular the things like this, that I jump in the underground. And now I tell something on German, because I have German viewers on the internet, and some people don't love English like me. Neh, I don't know what I'm talking about here, but... Could you do that? Okay. Okay. Kennst du dich in der Stadt aus, Jack? Finde diesen Ort, bevor die Zeit um ist. Ja, das glaube ich, weiß ich sogar. Ist das schon hier? Nein, da vorne. So ich das doch. Ja, toll. Ähm, hallo? Ich war doch da oben. So ein Pech, man. Du musst dir die Stadt besser... Ich weiß, wo es ist, nur ich komme da nicht dran. Ich bin doch... Komm, komm, komm. Jetzt auf. Jetzt. Du hast es noch drauf. Ja, so ein bisschen. Jetzt schauen wir aber mal gleich nach den Secrets. Ach, Secrets war das Mist. Warum? Vielleicht klappt es ja irgendwann. Naja, gut, ich glaube nicht. Dran. Das könnte ich mir mal leisten. Komm, das hole ich mir. Ist zwar ein Cheat, aber... Das gönne ich mir jetzt mal. Und das war's, weil ich hab nur noch 5. 0 0 0 0